Cybernetic Corporation Pizza schmeckt mir gut! Präsenz! Pizza Connection! Ich würde ihm eine Pizza backen, die er nicht ablehnen kann. Grafik Thomas Langkanki Sound Robert Bielenstein Karten Matthias Nenneker, Frank Henschel, Horst Kurt Charaktere Sonja Karnow Zeitungsmeldungen Andreas Lächelt Special Animation Jamie und Karnia Testspieler Olaf Ernst Teste Matthias Nenneker, Frank Henschel, Horst Kurt HPW PC Umsetzung Ralf Nerske Gesundheit PC Grafik Uwe Behnecke Und damit herzlich willkommen zu Pizza Connection! Ja, es sollte Super Mario sein. Ich hoffe, man konnte es erkennen. Ja, wir spielen Pizza Connection 1994 für den Amiga und für MS-DOS erschienen. Hier natürlich in der Amiga-Version. Und ja, erstmal hallo, liebe Leute, beziehungsweise Ciao, caragente, zu Pizza Connection! Ich brauche es nicht großartig vorstellen, denke ich mal, die meisten werden es ja wohl kennen. Wir spielen ein neues Spiel und zwar im Freimodus. Zuallererst haben wir natürlich die Charakter-Auswahl und da habe ich schon was vorbereitet. Das hier ist eigentlich der Charakter Mackie Messer. Das heißt, für alle, die jetzt mitspielen oder nachspielen wollen, da nehmt doch bitte den Charakter Mackie Messer und tragt hier euren eigenen Namen ein, wie ich es gemacht habe. Und ihr könnt natürlich eure, ja, Unternehmung so nennen, wie ihr es wollt. Ich habe jetzt mal 1.001 Pizza genommen. Ist vielleicht ganz okay. Mac Burger, Mac Mac, Salmo Pizza, Macho Cheetah, Gentech, Taichito und Pizzaland. Das sind unsere Konkurrenten. Vor allem hier Salmo Pizza von Salmonelle. Schön. Ja, dann schauen wir uns doch mal die Werte an. Also, der Mackie Messer, beziehungsweise jetzt hier Adaline Let's Play, fängt an mit 42.000 DM, ist 34 Jahre alt, 5 Beliebtheit ist natürlich jetzt, naja, geht so, also kein guter Wert. Gesundheit ist okay, Energie, Intelligenz, Charisma, Gewandtheit, Persönlichkeit. Das ist alles gut, sage ich mal, oder Mittelmaß. Kochen ist schlecht, aber Mut hier 95 ist wunderbar, wenn wir zum Beispiel eine kriminelle Unterweltkarriere starten wollen. Gar nicht verkehrt hier mit 95 Mut. Ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Und sind jetzt in der Weltkarte, hier natürlich wunderbar, im Pizzastyle. Hier oben haben wir London, da wo die Olive ist, also rechts neben der Olive ist London. Dann haben wir hier bei der Ananas Madrid. Paris ist hier bei den Tomaten. Bei der Peperoni ist Zürich. Rom ist natürlich hier bei den Muscheln. Dann haben wir hier unten noch Athen, ja, bei den Meeresfrüchten, bei den Sardellen aufwärts. Kommen wir dann nach Wien. Ja, nach Wien, schön nach Wien. Dann Berlin hier im Spinat neben dem Spiegelei. Okay, und natürlich Moskau bei der italienischen Salami und auch Stockholm, nicht zu vergessen. Hier bei den Pfifferlingen, ja, oder bei den Champignons, was es auch immer sind. Gut, wir müssen uns alles aussuchen. Ich würde sagen, wir gehen nach Berlin. Berlin, Marktführer keiner. Das wird sich jetzt ändern. Initialisiere Berlin. Berlin. Baue Karte auf. Aha. So, Berlin im Frühling. 1. März 1994, 9 Uhr. Wir haben ja noch kein Restaurant. Wir haben keine Rezepte, keine Rahmenverträge, gar nichts. Hier sehen wir Berlin. Und da muss ich ganz kurz mal stoppen. Denn zu dem Spiel, da gehört natürlich auch der große Städteführer. Den habe ich natürlich hier auch im Original vorliegen. Damit ihr jetzt ein bisschen mitschauen könnt, habe ich was vorbereitet. Und zwar hier einmal die allgemeinen Informationen erstmal zu Berlin. Berlin. Allgemeine Informationen. Hauptstadt von Deutschland an der Spree gelegen. Museen, Banken, Verlage, Versicherungen, Flughäfen, zentrales Industriegebiet. 4,5 Millionen Einwohner bis November 1989 durch die Mauer getrennt in West- und Ost-Berlin. Soll im Jahr 2000 Sitz der Regierung der Bundesrepublik Deutschland werden. Ja. Ist natürlich Stand 1994, wo das Spiel rauskam. Hier von Software 2000 das Ganze entwickelt. Wir haben jetzt nicht großartig viele Informationen. Spezifische Informationen zeigt uns hier die Bevölkerungsverteilung. Wie viele Kids, Jugendliche, Arbeiter, Angestellte, Geschäftsleute und Rentner wir haben. Ist meistens durchschnittlich. Hoch sind Arbeiter und Angestellte. Dafür weniger Kinder. Größte der Geschäfte ist klein. Mieten, Niveau, Niveau der Kaufpreise. Ist alles Mittel. Kriminalität ist durchschnittlich. Qualitätserwartung und Komforterwartung sind Mittel. Und Geduld ist auch wenig. Ja. Also sollte kein Problem sein. Händlerinfos. Der größte Teil der Waren wird zu durchschnittlichen Preisen angeboten. Da die Bevorratung der Händler in Berlin meist durchschnittlich ist. Auch die Qualität der Waren ist meist nur durchschnittlich. Ja. Macht ja nichts. Okay. Das einmal zur Information. Dann würde ich sagen, geht es so weiter. Ich gucke jetzt ganz kurz mit euch die Karte an. Also wir haben hier. Na, wo ist meine Maus? Da. Einmal natürlich die Möglichkeit uns die einzelnen Spiele anzuschauen. Also 1001 Pizza sind wir. Dann haben wir hier noch zum Beispiel Salmo Pizza. Können wir uns hier mal anschauen. Die haben jetzt ein Restaurant hier unten im Treptow. Die Gebiete seht ihr natürlich auch hier. Wenn ich mit der Maus rausgehe. Hier aus dem Fenster in die Hauptkarte. Dann seht ihr hier dann die Bezeichnung vom Gebiet, vom Bezirk. Hier haben wir zum Beispiel Stadtmitte, Moabit, Charlottenburg, Wannsee, Tempelhof, Kreuzberg und so weiter. Marzahn hier. Deswegen ist es nicht so wichtig, glaube ich. Wir schauen jetzt erstmal, wo sind die ganzen speziellen Orte. Natürlich hier können wir uns auch anschauen, wie sind die Weiten. Ja, hier zum Beispiel ist jetzt nicht so weit. Die verkaufen ist hier regional. Dann haben wir hier die Orte, Kirchen, Banken, Kinos, Schulen, Discos, Bars, Kaufhäuser, Hotels, Restaurants, Lagerhallen und Geschäftsräume. Können wir mal schauen, zum Beispiel Kirche. Was haben wir da? Hier haben wir eine Kirche, dort, da und da. Wir können natürlich auch in die Karte reinzoomen. Ja, dann sehen wir das noch ein bisschen genauer, dass hier eine Kirche ist. Dann können wir uns Läden anschauen, die wir zum Beispiel kaufen, mieten oder kaufen und mieten können. Dann sehen wir hier die Läden, die verfügbar sind, zum Beispiel. Ja, also wenn wir hier hingehen, können wir uns das zum Beispiel angucken. So, in der Aufnahme sehen wir natürlich hier auch entsprechend den Verkehr, also den Stadtverkehr. Keinen anderen Verkehr, natürlich, wir sind ein ordentliches Spiel. So, hier zum Beispiel eine Konkurrenz, Tai Shito Nummer 1. Hier sehen wir, wie groß der Laden ist, 18x17, wie viel Publikum da momentan ist, wie die Kaufpreise und Mietpreise sind. Maklerbüro Werner bröselt. Schön. Ja, wir können natürlich hier direkt daneben irgendwo natürlich ein Restaurant aufmachen, wenn es denn verfügbar wäre. Hier haben wir noch ein Kino, das ist auch ganz interessant. Ich würde sagen, wir gehen gar nicht so weit weg hier von Tai Shito. Vielleicht hier hin, 15x12 ist natürlich nicht so groß, 14x13, ach ja, 18x15, das ist schon in Ordnung. Müssen wir mal gucken, wie viele potenziellen Kundenstammen wir haben, ist eigentlich super. 200er Bereich, 100er, 300er Bereich, das ist super. Mal gucken zum Vergleich. Hier zum Beispiel sind viel weniger Kunden. Also insofern ist das eigentlich eine super Ecke hier. Also gut, ich suche mir das hier aus. Also das werden wir mieten. Und da rufen wir natürlich hier bei Kalle und Bolzmeier an, mit dem PC natürlich. Also 1994 wusste man auch schon, dass es irgendwann mal nur noch mit hier International Telenet Terminal Multimedia Telefonie geht. Ja, bei Makler, da haben wir aber keine Einträge. Und das ist auch der Kopierschutz bei Pizza Connection. Insofern muss man natürlich hier, wie ich es hier im Original habe, das Telefonbuch von Berlin haben. Kalle und Bolzmeier. So, 4, 3, 1, 7, 2, 9, 1. Zack. Warte auf Verbindung. Makler, Kalle, Bolzmeier. Was kann ich für Sie tun? Ja, hau, großer blinder Häuptling. Okay. Ich möchte diesen Laden mieten. Sie möchten diese Räume also mieten. Die Miete beträgt monatlich 6.210 DM. Oder Feuerwasser. Ja, dann machen wir. Sie haben diesen Laden gemietet. Viel Glück. Ja, Huck. Oder so ähnlich. Dankeschön. So, dann haben wir die Miete. Verbindung erfolgreich. Wunderbar. Und jetzt speichert sich das natürlich ab. Herzlichen Glückwunsch. Ihr neuer Rang in der Welt ist Arbeiter. Ja, süß gemacht hier. Nur ganz süß, wie die den anstarren. Nur weil er hier so eine kleine Gulaschkanone hat oder was das sein soll. Keine Ahnung. So, wir sind also Arbeiter in der Welt natürlich. Es gibt natürlich auch noch die andere Welt, die Unterwelt. Das schauen wir uns auch gleich an. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, den Eintrag für Kalle und Bolzmeier, wo wir einfach dann entsprechend hier anrufen können. Okay. Wir gehen wieder raus. Wir können uns mal die anderen Buttons anschauen. Wir sehen natürlich hier, jetzt ist unser Restaurant eröffnet. Wir haben hier wunderbar natürlich so ein Vordach bekommen. Daran erkennt man das Restaurant. und Taishito hier ist natürlich gar nicht weit weg. Deswegen, ja, wir müssen uns anstrengen. Wir müssen uns anstrengen. So, wir gucken mal ganz kurz hier auf persönliche Daten. Und dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie so die Ränge sind. Also in der Unterwelt, ja, da sind wir Amateur. Und in der Welt sind wir gerade zum Arbeiter aufgestiegen. Oh, schön. Ja, sehr gut. So, wir gehen ganz kurz ins Restaurant. Mal schauen, wie es ausschaut. Und hier sehen wir einmal den Hauptraum. Also hier müssen hin Tische und Stühle, ja, und natürlich Deko. Hier werden die ganzen Gäste speisen. Hier geht es durch die Tür in die Küche. Und hier haben wir auch genügend Platz dann entsprechend für die Pizzaöfen, die wir natürlich auch brauchen. Denn ansonsten ist es nicht gut, hier eine Pizzeria aufzumachen, wenn man keine Pizza anbieten kann. Ja, und das ist natürlich direkt auch das Wichtigste. Wir müssen natürlich auch erstmal die Rezepte kreieren. Das ist hier die Rezeptliste. Die schauen wir uns jetzt mal an. Denn wir müssen natürlich unsere eigene Pizza backen. So, da haben wir hier die Standard-Rezepte. Pizza Neapolitana bis Gemüse-Pizza. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Pizza Neapolitana an. Dann gehe ich mal hier aufs Töpfchen. Ich gehe aufs Töpfchen. Ah, schön. Und dann fangen wir erstmal mit der Grundlage einer Pizza, einer Super-Pizza an. Und ich lasse euch natürlich auch teilhaben hier an den Rezepten. Ich schnappe mir hier das große Pizza-Kochbuch. Und wir schauen uns direkt mal die erste Seite an, beziehungsweise auf Seite 4 geht's los. Und zwar mit dem Pizza-Teig. Ja, wir brauchen für den Teig 250 Gramm Mehl, 1,8 Liter Wasser, 20 Gramm Hefe, eine Prise Zucker, eine Prise Salz und 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl. Ja, ich denke mal, ihr werdet das ja wahrscheinlich mitkochen. Hier einmal auf dem Amiga. Vielleicht habt ihr auch die MS-DOS-Version. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht kocht ihr es ja auch dann entsprechend zu Hause nach. Insofern, ja, lese ich natürlich auch das Rezept für den Pizza-Teig vor. Zubereitung. Mehl in eine Schüssel sieben. In die Mitte eine Kuhle drücken. Hefe, Zucker und das lauwarme Wasser darin mischen. Mich, 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 mich. Leicht mit Mehl bestäuben und anschließend ca. 30 Minuten gehen lassen. Ja, wohin auch immer. Also, wusste ich gar nicht. Also, wir kneten noch nicht. Also, es wird einfach nur, ja, gematscht und dann muss man 30 Minuten warten. Okay, gut. Alle Zutaten zu einem Teig verkneten und noch einmal ca. 30 Minuten gehen lassen. Durchkneten, ausrollen und in einer gefetteten Form noch einmal ca. 15 Minuten gehen lassen. Nach belieben belegen. Schön. Sollte Ihnen die Vorbereitung des Teiges zu lange dauern, empfehlen wir Ihnen folgende zeitsparende Variante. Kaufen Sie sich doch einfach fertigen Pizzateig aus der Tiefkühltruhe. Ja, oder wie ich es immer mache, diese Kombi-Geschichten, ja, wo also schon auch die Soße dabei ist. Gut. So, wir fangen an mit der ersten Pizza. Pizza Neapolitana. Wir brauchen 420 Gramm reife Tomaten, 50 Gramm Knoblauchzehe, 32 Gramm Oregano oder Oregano. Wie heißt es denn jetzt? Ich weiß es nicht. Und 160 Gramm Parmesan. Ja, Zubereitung. Die Tomaten waschen und in dünne Scheiben schneiden. Den Knoblauch schälen, den Teig ausrollen oder ausziehen und auf das Backblech legen. Was? Ich soll mich ausziehen und auf das Backblech legen? Achso, der Teig. Achso, gut. Die Tomaten darauf verteilen, durchgepressten Knoblauch darauf geben, mit Oregano bestreuen und mit etwas Olivenöl beträufeln. Bei 250 Grad Celsius ca. 20 Minuten backen, bis die Kruste goldbraun ist. Wunderbar. Okay, dann, ja, würde ich sagen, legen wir los. Wo ist die Maus? Hier kommt die Maus. So, wir haben hier natürlich hier einmal die Zutaten. Ich brauche Tomate. Tomate erstmal, bevor ich belege, einmal waschen. So, sollte reichen. Ich mache das natürlich jetzt etwas langsamer, als ich es könnte, damit ihr es nachspielen könnt im Detail. Für das bessere Verständnis würde ich sagen, wir einigen uns mal darauf, dass das hier 12 Uhr ist, das ist 3 Uhr, das ist 6 Uhr, das ist 9 Uhr. Ja, also wie eine Uhr. Betrachtet mal den Pizzateig, damit ich es ein bisschen erklären kann. So, wir fangen bei 12 Uhr an und legen jetzt bis auf 3 Uhr 5 Scheiben Tomate, so ungefähr hier in dem Abstand, 3, 4 und 5. Immer aufpassen, dass ihr hier nicht über den Rand hinweg geht. Dann nochmal viermal von 3 Uhr auf 6 Uhr. 2, 3, 4 und nochmal viermal von 6 Uhr dann auf 9 Uhr und dreimal von 9 bis 12. So, das ist dann der äußere Tomatenrand. Es müsste ungefähr so ausschauen bei euch. Also, dass wir, wenn wir hier jetzt nur ein Tomatenstück in der Mitte halten, dass es ungefähr so viel Rand ist. So, und wir bewegen die Tomate so weit nach oben, dass wir mit der unteren Kante der Tomate ungefähr in der Mitte dieses freigebliebenen ovalen Bereichs sind. Ja, das ist also hier ist ungefähr die Mitte. Da packe ich jetzt die Tomate so schön da drauf. Und die andere Tomate, die packe ich jetzt da drunter, genau, dass die hier sich gerade mal berühren. Dann links eine Tomate so hin, ja, ungefähr hier die Mitte anpeilen, ja, von diesen Tomaten, sodass aber alles bitte bedeckt ist. Und auf der anderen Seite dann genauso. So, also das sieht wunderschön aus. Und jetzt noch in der Mitte schön hier. Da könnt ihr euch auch ein eigener Monk natürlich fragen, inwieweit ihr die Tomate ausrichtet. So, und das ist der perfekte Tomatengrundboden, den ich auch für meine eigenen Kreationen natürlich meistens benutze. Also das sollte hier perfekt sein. So, dann gehen wir weiter. Wir brauchen jetzt Knoblauch. Und zwar hier nicht so eine ganze Knolle, sondern wir brauchen entweder eine Zehe. Wir können das hier unten zerhäckseln. Oder noch feiner, dann so kleine Fitzelchen hier an Knoblauch. Und die setzen wir jetzt genau hier in diese Lücken. Also schön, sodass es optisch halt auch was hermacht. Dass ihr das relativ genau macht. Wir können das natürlich nicht drehen. Also normalerweise dreht man mit der rechten Maus, das ist so ein bisschen. Das bleibt gleich. Insofern schaut mal, das ist so nach eigenem Geschmack, nach eigenem Schönheitsempfinden so ein bisschen verteilt. Ich mache das immer ganz gerne so, dass es ungefähr gleichmäßig aussieht. Hier drei und dann links und rechts nochmal eine. Ja, das wir einen wunderschönen Kranz haben hier aus Knoblauch. Dann wählt nochmal Knoblauch aus. Dann einmal zerhäckseln und eine Knoblauchzehe hier schön mittig rein, sodass es einfach gut aussieht. Dann brauchen wir Oregano. Ich hoffe, ich bin es nicht zu schnell. Das zerhäckseln wir einmal. Ja, also nur einmal zerhäckseln und legen es dann hier auf 9 Uhr, auf 12 Uhr, auf 3 Uhr, auf 6 Uhr. Und dann genau in die Mitte dieser Anordnung dann nach möglichen auch noch eins. So, weil hier gibt es ja keine Uhrzeit, ja, zwischen 4 und 5, ja, oder zwischen 7 und 8, ja, so könnte man es auch sagen. Dann hätten wir dieses. Dann brauchen wir nochmal Oregano und lassen die ganzen Blätter und legen die aber hier wunderschön, so wie ein Kreuz quasi, drumherum, ja, um dieses eine kleine Knoblauchzehchen. So, schaut mal, dass es nicht so drauf liegt, ne, also schön, so, dass ihr meint, so, okay, das ist optisch einfach ansprechend, ne. Und dann brauchen wir Parmesan, so, natürlich nicht so einen ganzen, ja, ganz riesen Käse hier drauf packen, sondern wir müssen es einmal zerschnibbeln, sodass wir eine schöne, feine Scheibe Parmesan haben. Hier auch nicht über den Rand drüber gehen, sondern hier zwischen Oregano und Tomate schön platzieren. Das Ganze hier zwischen die Oregano-Schnipsel, ja, so wie es, wie es halt gewünscht ist. So, einmal, zweimal, dreimal, 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 dreimal und so weiter. So, wenn ihr das so habt, dann schaut doch einmal hier auf die Zutaten. Das ist diese, ja, dieses Symbol. Und dann schauen wir mal, dann vergleichen wir mal. Wir haben 420 Gramm Tomaten, stimmt. 50 Gramm Knoblauch, 160 Gramm Parmesan und 32 Gramm Oregano. Gut, wenn wir das haben, dann können wir das jetzt bewerten lassen, inwieweit das jetzt hier zum Originalrezept im Verhältnis ist. Das heißt, wir klicken hier einmal kurz auf den Daumen hoch. Und dann wird die Pizza bewertet, verglichen mit dem Standardrezept. Hier von Tante Trude haben wir 19, von Onkel Herbert haben wir 20, von, ich weiß nicht, mir fällt kein Name ein, hier Susi Sorglos haben wir 20, von Atze 20 und von Knochi auch 20. Also 99 Prozent, juhu! Der Kandidat hat 99 Holzstückchen, ab 100 gibt es ein Brett. Wunderbar. Ja, also 99 Prozent, das ist super im Vergleich mit Standardrezept. Da haben wir also gute Arbeit geleistet und insofern haben wir hier eine wunderbare Pizza Neapolitaner gebacken und gehen jetzt nochmal hier auf Pizza Margherita. Das ist dann die nächste, ich muss wieder aufs Töpfchen. So, einmal klicken. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020